und Leute und herzlich willkommen zur finalen folge von rayman legends auch beim finale selbstverständlich dabei hallo ja wie wir letzte folge auch schon ausdiskutiert haben zum gegenschluss der letzten folge werden wir alle musiklevel aus der wertung rausnehmen ich weiß zu dem zeitpunkt jetzt noch nicht wie das ergebnis am ende aussehen wird wir haben jetzt die letzten drei folgen jetzt am stück aufgenommen und ja sozusagen sind wir beide unwissend und wissen nicht wer jetzt gewinnt wenn jetzt zum beispiel jemand die nächsten vier maps alle gewinnt was immer noch nicht ob man gewinnt oder eben nicht ja diese folge wird wie gesagt die letzte sagen die letzten vier folgen natürlich die entscheidung klar wer die challenge gewinnt und dann kann sich diejenigen freuen oder weinen oder eben weinen ich muss sagen bisher wenn man die letzten zwei folgen nicht mit zählt war das echt knapp für 25 oder 24 folgen zu dem zeitpunkt nur 100 unterschied das ist wirklich echt gar ziemlich würde ich sagen normalerweise könnte man denken ja hier 5000 unterschied oder sowas mehr aber das war echt klasse ja deswegen würde ich sagen reden wir nicht lange drüber sondern gehen sofort ins finale rein ich hab gleich kenne die ganze wegkriegen aber es hat nicht funktioniere den skilmann jetzt mal kaufen wir müssen eine verdachte trufe folgen das ist aber auch mit wasser und shit kann ich gar nicht auch gar nicht war er will sich verarschen alle dass man sterben gehen schnell so läuft das hier nicht bei mir so ein wichser am ende werde ich bestimmt nichts geben alter kann sowas von ausgehen wie kannst du mich schneller schlagen jetzt komme ich raus aber wie kann das denn sein alter ja man na los na los na los na los paar bochen paar schuhe na los wo ist der typ man danke fürs rausschlagen danke du kack noob alter mit sich verarschen man du bist so schlecht nicht dein ernst alter oh mann ey kack bratzen ohne ende lol nice one oh alter ey hat er echt viel gebracht was los was los ist feucht ne Nö, du aber, glaub ich. Oh, fuck. Boah, mein Daumen, das ist so incredible. Alter, wo bin ich denn? Warte, hinten. Ich möchte bitte krepieren. Danke. Alter, warum bist du denn so langsam? Oh, Alter. Was war das denn gerade? Nein! Oh Mann! Du bist aber auch unskilled, ey. Komm, lass mal laufen, Alter. Junge. Hast du schon gedacht? Ja, du kannst ihn nicht rauskicken. So schlecht, ey. Oh Mann, ist sogar beim Kicken so schlecht, ey. Ja, kann ich nicht. Ja, komm, was hast du davon, du Kackbratze, ey? Ja, was hast du denn davon? Nichts, Alter. Ja, du hast auch davon nichts, ey. Guck schon wieder, du hast nichts davon. Besser niemand, als du. Ja, komm, schlecht. Das bist du. Du kommst nicht ran, ne? Ja, komm. Geh mal suiciden. Ja, komm, mach keinen Sinn weiterzumachen bei dir. Ich bin auch nicht so low wie du und lass mich wieder suiciden. Fuck. 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 Mhm. Weil der X-Knopf wird so vergewaltigt gerade, wie noch nie, ey. Nein! Was ist das? Alter, diese Map ist so riesig, so eine Fick-Map, ne? Das ist so unglaublich, was das für eine Map ist. Ich hasse schon Wasser, ne? Wie die Pests, weil da ist ja noch so lang die Map. Wieso wäschst du dich ungern? Das ist unglaublich lustig, weißt du? Incredible. Sag nur. Ich hasse es zu schwimmen, ey. Nein! Nein! Ich glaub da ist ganz krass, ich hab ein bisschen Seepferdchen. Du sagst gar nicht so aus. Ja, weil du auch schlecht bist. Komm mal, Skill. Nein! Was ist das denn, Alter? Guck mal weg! Oh Mann, bist du eine Bratze, ey. Du stehst nur im Weg. Also wenn es darum geht, im Weg zu stehen, bist du echt Gott. Nein, sagt derjenige, der auch total am Verkacken ist. Naja, komm. Skill. Skill. Jetzt hab ich das so gemacht, aber ich... Scheiße! Was hast du da für ein Digga, was hast du denn? So. Ich lass dich mal den Rest machen und dann komm ich irgendwo ran und stell mal ein bisschen. So. Ich denk mal jetzt ist gleich die Zeit dafür. Zwei, jetzt. Ah, noch nicht. So. Oh, du bist so schlecht, ey. Sorry. So. Hast du gedacht, du überlebst, ne? Loil, Alter! Jupp, das hab ich genau gedacht. Das enden wir mal eben kurz. Nein! Genutzt. Du bist so schlecht, ne? Das sieht man immer kommen. Aber man macht's immer wieder, ey. Ach, der war richtig gut, ey. Der war richtig gut, ey. Der war richtig gut, ey. Der war richtig gut. Der hat die richtig aus der Fassung gebracht. Guck mal, vorne hast hier die Lumpes, ey. Oh, du bist so richtig reich. Ja, ich bin rich bitch, Junge. Was ist los? Wow. Kiss die Wand, bro. Oh mein Gott, die Piranhas. Piranhas. Loil. Was machst du denn, Alter? Für, für... Ich war ein extra Arm drin, um die einen zu geben. Danke, ey. Wirklich. Tschüss. Oh, Mann. Oh, weißt du, du... Hauptsache, mich aus dem Spiel nehmen, ne? Nein. Fuck. Wolltest du mich raus gegen nehmen? Das... Kack nur. Tschüss, tschüss. Friss meinen Staub, Alter. Ah, so schlecht, ey. Wie kann man denn nur so schlecht sein? Ach, glaubst du, ne? Wow, das Combo, Alter. Jetzt gesehen, wie die Combo von dir. Dieser Combo von dir. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich wusste gar nicht, dass ich noch lebe, ey, ihr habt mich einfach nur so rumgekickt, so wie... Wow, ganz stark, ganz stark Performance von dir, wow, ganz stark, ganz stark, tschüss, du bist fertig. Mach ich doch, mein Fokus ist, dich zu töten und die Truhe nach Hause zu hauen, das ist mein Ziel und das werde ich auch hinkriegen, egal wie schmussig ich sein muss. Verliedlungsbau jetzt, um einen Sieg zu sichern. Alter! Geile Idee, die wir hier haben. So, Leute, ich darf noch gut rausgehen, jetzt komm ran, Alter! Ja, super, ey, tolle Leistung, super. Ja, unfähig, ne, um zu schlagen, unfähig, um zu schlagen, ne? Jetzt komm ran, Alter! Wo bist du? Du musst doch weiter vorwärts, Alter. Ich warte und warte. Ja, du wartest du hinten irgendwo, Alter. Komm, komm, komm. Ja, das darf ich auch irgendwie nur Pallungskitz haben, ey. Oh, Mann, ey, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ist das anstrengend. Boah, Alter, guck mal. Hätten uns drei gefehlt, hätten wir das Kleber nicht bekommen. Ich glaub, dann wär ich fertig. Dann wär ich so done gewesen. Ich glaub, wir brauchen eh keine mehr. Ach, stimmt wohl. Einen fucking Frischling oder kleinen Lengen hab ich nie geholt. Ja, aber stimmt, ist doch hart noch Maggi. Mal gucken, was du da rausholst. Bullshit, okay. Ich hab den wichtigsten Bullshit. Bullenkacke, sagst du? So. Next, Moss. Mal gucken, ob ich da wieder richtig schön viele Lumps rausholen kann. Ja, komm, ey, geh mal. Oh. Ah, gib mir die Mucke. Ba-da-ba-di-ba-du-bu-ga-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, natürlich ist das, ey. Hast du das mal alles schön dodgen oder ganz einfach? Fuck, Alter. Du bist so bad, Alter. Digga, was hast du davon? 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 G Enough of the 재밌est Mah icon. ... Dapa da 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 bi-du-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ich brauchte halt Komplimente, ich weiß, dass ich gut bin. Nimm mal ehrlich jetzt, hör mal auf damit. Ich weiß, dass ich gut bin. Boah, das war ein bisschen zu viel. Jetzt presse ich mich raus hier. Wie kannst du bitte... Okay, jetzt geht's ab. Sein Schwanz, Alter. Gib mir den Schwanz. So hast du den gefüttert, ey, das noch? Ah, du bist schlecht, hör auf. Du bist so überlebt, ey. Gott bless you. Nein! Oh mein Gott! Ich hole ihn mir. Nein, ich hole ihn mir nicht. Oh scheiße, ey. Oh man, bist so bad, ey. Der ist wieder da. Mann, dieses komische Wichsding, Alter. Wie kann das denn sein, dass das ständig abkommt? So, was macht er jetzt? Ja, Alter, charge noch mal ran. Ach, wie schlecht bist du eigentlich an dir? Also ich wollte den eigentlich jetzt in... in, in ihm schlafen dann? Nee, mach auf. Wenn du schlägst, bitte nie sprinten, weil sonst wirst du in ganz andere Gebiete geschlagen, wie du gar nicht willst. Aber was du ja nicht sagst. Ja, dann mach es nicht. sagte der und tat es nicht der typ so am sack jetzt nach vorne in dein gesicht das war es schon da du innen vor allem baba höchstpersönlich barbari das bischen wie sie dein leben kosten unglaublich du hast an die in den kuscheltier scheiß oder oder kleinlinge auch schon maximal aus den dingeln rausgezogen so nähern wir uns den nächsten level das ist glaube ich dass das ist aber das allerletzte das aller 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 allerletzte level von diesem let's play ja das letzte normale schlagen wird sagen sorg modus ja und epic fail oh mein gott hol mich doch raus bist du schlecht das lass mich nicht vergehen das das ne 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 das nicht das kriege ich was machst du da hol mich doch da raus heute nicht mit sonn heute nicht da komm ran hier oh mein gott ich bin tot lange ecke wart irgendwie du lebst nein ich bin tot juck loil ach loil alter oh mein gott oh mein gott ach ich war das was warum bin ich denn schon dauernd hol mich doch raus man du bist so ein wichser du wartest du auf das ding ne so ein wichser wirst du bereuen werde ich nicht wenn er das schmutzigste tun was man hier tun kann ey das ist so egal goddamit ich glaube die kann man nicht aufsaugen das sagt derjenige das immer total scheiße ist scheiße da gibt es dass wir die luft gejagt hast ich will das ding nehmt die luft ich weiß gar nicht wer ich bin ich schieße einfach nur wild herum boah jungen alter alter mann du suckst das ist einfach kein skill ich bin zu mann ey warum soll ich es zugeben wenn es nicht stimmt das ist das ist das ist das ist das ist das grund warum ich immer deutsche nicht 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 deutsche weil du kein skill hast macht keinen sinn aber ja weil du dir in die luft ich will die einsammeln und du kannst du einsammeln du lässt sie alle in die luft fliegen alter und dann wunderst du dich warum du dauerst ich mag es eigentlich ein kamikaze junge zu sein früher ein bierter alter ne boah hör mal auf mich in die luft zu jagen alter mann das kann nicht sein wie cool ne ja genau den den wrecker in die luft zu jagen gleich werde ich dich so racken ne du rapp deine mutter ja deine mutter jungen das ist auch deine mutter ne ja was du denn sagst ja also schon so was was alter was für ein nacker komm stings der gescheiter aller der die 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 Hast du gesehen, wie ich ihn gewanschotten habe? Das sah gut aus. Oh man, ey. Das sah voll gut aus, ne? Das sah voll gut aus, man. Ein kleiner Quick Headshot. Ich glaube, wir müssen ihn dahin stellen, kann das sein? Nee. Boah, Mann, du hast so viele Lumps. Ich hab verloren, ey. Boah, Mann, bist du schlecht. Hör mal auf, Mann. Ganz teuer, komm, sag dir alles, ey. Kannst du was zu zeigen, jetzt? Weißt du was? Ich schumischeide jetzt. So. Hm. Ah, die sind schon wieder tot, ne? Da sind mir viel zu viele Bomben überall, ey. Ich komm damit einfach nicht klar. Zu viel, das ist einfach zu viel für mich. Da kann er Raketen-Deep jagen, Alter. Weißt du was, ey? Ich dachte, du liebst die Gefahr. Weißt du was? Kann ich mehr, ey. Der Typ mal da drin, der soll mal offen darunter pedalen, Alter. Oh, Alter. Alter, du hast die Rakete verschluckt. Oh, was? Ja, ja, ich hatte die verschluckt, ja. Ja, ja. Du bist garst, Alc. Ähh- Du bist garst, Alc. Haha, hehehe. Geh- Geh- Nein, komm, ey. Pass auf jetzt, pass auf. Oh, du bist so ein Kack-Nut, ne? Schlecht. Mach der nur einen kaputt, ey, irgendwie schlecht. Hast du doch vorhin auch schon gemacht. Was hab ich gemacht? Mit einer Rakete, ich bin komisch mit dem Finger davon. Ey, komm. Gott damn it. Mann, das ist viel zu viel, Mann. Das ist zu viel. Überall, ey, das ist... Ich bringe mich mit einem kaputt machen. Du musst eigentlich, dass du die A-Taste gedrückt halten kannst, um zu schießen. Ja, aber du schießt da langsamer. Ja, aber da fährst du wenigstens in kein Tempo, weißt du? Das ist scheiße, ey. Ja, komm, du bist scheiße, du bist scheiße. Das sah gut aus. Ich will es nochmal machen. Boah, du hast so viel Looms, Alter, ich werde das nicht hinkriegen, Mann. Oh, Mann. Ich hoffe, dass es am Ende nicht so krass ist. Rocket in the Mountain. Mountain Dew. Kennst du Mountain Dew? Nein. Das ist so eine Americans oder was, was übelst richtig Fame ist in Amerika, ne? Und das soll übelst abgehen. Toll. Super. Mann, ey. Fuck. Oh, das ist viel. Das sind super schöne Werte. Ich glaube trotzdem, dass ich gewonnen habe. Das war einfach schlecht. Du musst mir ja erstmal ausrechnen. Ich weiß, aber ich gehe davon aus, dass ich besser bin dazu. So wie bei jedem Spiel. Ja, ja, ja. Ich ziehe dich ab. Easy. Goin. So. Und nun. Das große Final. Und nun nähern wir uns zum aller, 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 allerletzten Boss. Das war die Mudi, die wir richtig auf die Fresse kriegen, wie es scheint, ne? Das scheint, da hat sie übelst viel Stress und Albträume verstreut und das sollen wir jetzt stoppen, ne? Das ist eigentlich unser Ziel gewesen. Die Mutter. Das ganze Spiel. Ja, ja. Albträume. Naja, das war ja eigentlich unser Ziel in das ganze Spiel. Hätt dir nicht gedacht, dass es immer so schnell vorbeigeht? Ja, was heißt denn so schnell, Alter? Vom Korn, wie schön die aussieht, ne? Wir beginnen, so sieht es bei unserer Mutter aus. By the way. By the way. Hey. Lol. Ja, was bist du denn für ein Idiot, Mann? Oh, was ist einfach ein Noob, ey. Was ist ein Noob, ey? Das ist zu viel. Das ist absolut too much, ey. Alter, was soll ich denn machen? Alter, diese komischen... Ach, geh mal weg, ey. Ach, Mann, ey. Ja, wow, Alter, das Ding... Okay, wie du willst, Alter. Hau mich raus, du bist weg. Wo bin ich denn, Alter? Katapult, Alter. Mann, geh weg! Oh, Mann, Alter! Das war der Plan nicht? Absolut Plan nicht. Achso. Oh, mein Gott, die Augen! Oh, mein Gott! Ich hab mich schon die Augen auskratzt. Ich komm, ey. Was muss ich denn überhaupt machen? Alter, hau mich hier raus. Das musst du machen. Hau einfach hier rauf. Nicht deine... Da hast du die Scheiß abhaut. Alter, ich wollte schon sagen, die Kacke... Oh, 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 mein Gott! Oh, mein Gott, Alter, hör auf, so Skitties! Komm ran! Oh, nicht deine... Du bist so eine... Kack, du, was machst du, Alter? Kannst du nicht skillen, oder was? Oh, Mann, ey. Ja, geh mal weg, ey. Hier. Damit... Ich meine, wissen wir jetzt, was wir machen müssen, ey. Mehr oder weniger. Lol. Alter, ich hab die Bogen... Toll, und jetzt, guck mal! Wie die Sure überschlägt, ey. In ihrer... Armzeit. Toll, Mann. Ah, geh mal weg hier. Was hast du davon? Was hast du davon? Was hast du davon? Na, gut. Ja, hallo? Weißt du was? Warte, du hast ein Herz, hör auf. Ja, mhm. Verschwinde halt einfach Herz. Oh, du bist Junge, ne? Alter. Ja, du kannst dich mal raus, hör hier. Irgendwo da unten mit dem Arm und so wirst du mich... Ach, die Augen, ey. Ach, die Augen kann man ja... Kann man gar nicht raushauen, ne? Ja, deswegen, wir glaub ich, wissen einen, anderen. Ich hab schon wieder auf dich... Das war keine gute Idee, das, die ganze Zeit zu haben. Raymond. Läuft. Jetzt Concentration. Ah, jetzt hab ich's. Ach, ich auch. Danke. Warum? Warum schlägst du einfach? Spring doch einfach, Mann. Danke. Michael, wieder weiter, ey. Wir werden es haben, ey. Oh mein Gott. So, ne? Ja. Ich kratze die Augen aus! LOL. Ich dachte, ich kann den Arm hochfallen. Du weißt jetzt gar nicht... Ich weiß gar nicht, scheiße, Alter. Ja, komm ran! Alter! Nicht der... Oh. Na. Na. Aber wo müssen wir denn hin? Warte, 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 jetzt ist es wieder Skilt angesagt. Jetzt. Oh mein Gott, okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Alter, Mann. Oh, warum springst du? Oh, Alter, ich krieg irgendwie so'n fucking Boost. Ich weiß nicht warum, Mann. Weil du auf ihrem Ellbogen bist, ey. Das keinen Sinn macht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, Mann. Ja, tot, ne? Jetzt müssen wir schnell sein. Gleich. Alter, ich weiß noch nie mal, wo wir hin müssen. Ja, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Ja. So schlecht, ey. Glaubst du, ne? Du glaubst, ne? Ja, mach! Okay, warte mal. So schlecht, ey. Du warst so die ganze Zeit. Okay. Ja, aber ich war hinter dir. Ja, du wolltest... Ach, hier ist was hinter mir. Okay. Ey, vor dir. Ja, ja, hinter dir. Vor dir. Unter dir, ich dir, Alter. Ach. Komm, Mann. Vielleicht nicht das mal, Digga. Vielleicht nicht das mal. S識 warst. Du bist. Ich gucke dich. Du bist und dir, σε mein Bundeshöf. Irgendwann. Du bist der,pfther Dinz. Ich gucke dich. Du bist aber nicht gekommen. Hast du ihn kla Iceý Code zu ziehen, Sklau dich. Auf Lucy. Ai, ich gucke dich. Vuoi einer untert vão dich. B- existing. Ich gucke dich. Du bist. Ich weiß immer nicht, wo ich bin, Alter. Jetzt müssen wir hier bleiben und dann gleich rechts, links die Hand. Oh mein Gott, nicht runtergehen. Okay, passt. Jetzt. Genau, jetzt. Nein. Und gleich müssen wir jetzt. Komm. Oh, das ist zu schnell. Das ist zu schnell für mich. Hör mich da auf. Das ist, glaube ich, dasselbe jetzt noch mal. Ja, klar. Junge. Das war's? Noll. Yeah. Sieg. Sieg. Yeah, Sieg. Yeah, das letzte Level. Oh mein Gott, war der Spektakulär. Ich kann's kaum fassen. Oh. Und ich hab sogar gewonnen. Oh. Oh Gott. Oh Gott, das war das gute Spiel. Richtig gut. Wer gewonnen hat, weiß ich leider immer noch nicht. Aber ich glaube, dass ich irgendwie, irgendwie kann sich keiner Freunde, wer hat's gewonnen. Ja. Also, klar. Oh Gott, das ist. Wir haben das Spiel quasi durchgespielt, aber wie gesagt, wir 100% haben wir noch nicht. Und uns fehlen 100, äh, 99, äh, Kleinlinge. Und ja, Lums könnten wir auch gewaltig, gewaltig, gewaltig mehr erfahren. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, das mit den Lums, werdet ihr dann später erfahren. Und ja. Ja, also wie ihr das bereits kennt, am Ende des Levels, ähm, am Ende der Session, werdet ihr halt ein klein, ähm, dieses Bild sehen. Genau. Wer gewonnen hat, kann man sein. Und mit, äh, Stats, und des gesamten Let's Plays, und auch den, äh, aktualisierten, das heißt, alle, ähm, Musiklevel wurden rausgenommen. Und, äh, das ist da wirklich das reine Ergebnis, was den Sieger danach führt. Genau. Die Frage ist natürlich nur, wer? Wer, genau. Wer wird es nach Hause bringen? Tja. Ihr werdet es wahrscheinlich gleich erfahren, und wir... Ja, zu dem Zeitpunkt müssen wir es erstmal ausrechnen. Ähm, ja, was bleibt denn zu sagen? Ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es gab viele Momente, die wirklich, äh... Episch waren. Episch, mehr als episch waren. Sachen, die auch sehr, sehr verwirrend waren, wie das mit den Musikleveln, aber... Keine Ahnung, wie, 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 haben die nicht so sehr drauf geachtet, dass es vielleicht zwei Leute geben wird, die sich challengen werden. Und die, äh... Ja, die Musikleveln auch mitmachen. Und sowas passiert dann, das ist natürlich nicht so cool. Aber naja, so ist das halt. Man kann auch nicht... Kein Spiel ist perfekt, ne? Kann man immer sagen. Kein Spiel ist perfekt. Die Spiele mit der besten Grafik haben auch nicht, ne? Die besten Sachen. Wir haben auch Fehler und Altsumgaben. Ja, wir werden das Spiel... Nicht zu 100% durchspielen. Ne. Ähm... Wie viele Punkte einem hinten noch fehlen. Ja, genau. Ähm... Insgesamt war das sehr, sehr knapp. Höhen und Tiefen waren dabei. Lustige Sachen. Traurige Sachen. Ja. Alles mit dabei. Alles mit dabei. Und... Ja. Ähm... Wir beide werden wahrscheinlich noch irgendwann anders zusammen überspielen. Aber solche Sachen könnt ihr euch gefasst machen. So sind wir immer dabei. Auf jeden Fall. Battle sind immer bei uns dabei. Und... Tja. Und ähm... Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Fazit zum Game selber. Ja, wir haben das Spiel schon mal zusammen durchgespielt. Ähm... Weil die sagen immer so gut, ich bin so einer, ich mag es, wenn es, äh, immer schön unterschiedlich. Also, dass da mal Wüste kommt, hier mal Dschungel und alles sowas, das war sehr abwechslend. Und das habt ihr auch sehr gut bei dem Spiel gemacht, dass es schon abwechslend ist. Äh... Ja. Top Game eigentlich schon. Also, wie gesagt, das, äh, das Game war schon zu Origin-Zeiten, äh, Top Legends, ähm, hat es meiner Meinung nach nicht unbedingt getoppt. Ja. Ja. Ein paar Level waren gut. Ja, aber so ein paar andere, die, 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 die haben mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, da waren die alten Level, zum Beispiel, die hätten sie mehr machen können. Äh, oder überhaupt. Oder in Legends, oder in Legends überhaupt mal welche einzufügen, haben sie auch nicht gemacht. Ähm, haben sie auch nicht gemacht. Ähm, hätten wir mal im Forum schreiben sollen. Los, pack dir die Eisleber rein, los, in Hütten, los. Ja, gut, dass die Time Runs, die richtig harten Dinger, die, du mit einer Kiste da jagen musst, die waren zur Origin-Zeit richtig heftig. Richtig heftig waren, die. Ah, die sind echt extrem entschärft, eine richtige Sprungkombination, wie man da echt auswendig wissen musste. Zum Beispiel, äh, Richtung Bossfight, wo alles, wie die Untoten da waren, wo wir diesen Time Runs, wo wir zu dritt gespielt haben. Ja. Ja. Da mussten wir doch, äh, ewig lang gespringen und so weiter. Ne, das war auch nicht dabei. Naja. Also, ja gut. Sie sagen, ein, äh, 2 in 1, aber eigentlich, äh, sind viele Sachen gar nicht wieder dabei. So 100% Origin ist das dann auch wieder nicht. Naja. Aber na gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir werden uns sicherlich in einem der laufenden Let's Plays mit Sicherheit wiederhören. Deswegen, haut rein. Wir hören uns. Tschau Leute. Wir hören uns. Tschau Leute. Tschau Leute. Ich schaue. Tschau Leute. Ich glaube, wir hören uns cuộcschriften Insignal. Ich werde mich sicherlich. Wie, also, imığındsten, wir die Koba. Du sad. Ich bin ganz dring. Ich kann die Koba. Ich bin sehr, dem ganz dring. Vielen Dank.